Es sind diejenigen, die sich jeden Tag eine Herausforderung stellen. Diejenigen, die immer als erstes zur Stelle sind. Und diejenigen, die als letztes gehen. Es sind die, die den Überblick behalten, Verantwortung übernehmen, belastbar sind. Es sind die, die gut ausgebildet und routiniert sind, die Abläufe verstehen, denen Genauigkeit wichtig ist, weil Präzision gefragt ist. Die für das Feine und das Grobe. Es sind diejenigen, denen man gerne folgt und blind vertrauen kann. Es sind die Teamleader und Teamplayer. Die mit dem besonderen Einfühlungsvermögen. Diejenigen, die wir an unserer Seite haben wollen, wenn wir Hilfe brauchen. Die die richtigen Fragen stellen und zuhören können. Es sind die Machenden und Schaffenden, denen unser Wohl am Herzen liegt. Die für die Gemeinschaft. Die für die Gemeinschaft. Und mit der Gemeinschaft. Es sind diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit sorgen. Es sind 80.000 Ehrenamtliche in Hessen. Unsere Arbeitskollegen, Mitarbeiter und Angestellte, die sich für uns engagieren. Im Beruf und im Einsatz. Respekt an die freiwilligen Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz. Und Respekt an alle, die sie unterstützen. am smelllöser. Das ist das oder was Physical requires. Also erzählt, die liefi in Deutschland wäre einsatz решiert zu sein für einen Motivismus genutzt. AsGUvo. Untertitelung des ZDF, 2020